Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of 1.4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Schellow. Wir sind zurück im faschistischen Italien und wir sind gerade dabei, unseren Weltkrieg, den wir wirklich an allen Fronten der Welt so geführt haben, noch ein bisschen weiter voranzutreiben. Wir sind bereits hier in Panama gelandet. Wir müssen jetzt mal gucken, ich würde doch ganz gerne, aber wir rechtfertigen hier schon, Kriegsziel, okay gut. Ich würde hier gerne auf jeden Fall noch das ein oder andere Land mitnehmen. Ecuador wird vielleicht knapp, Paraguay weiß ich nicht, Argentinien weiß ich nicht, Uruguay. Da müssen wir mal auch gucken, je nachdem wann unsere Truppen ankommen. Bolivien auch noch so ein Wackelkandidat, das kann alles noch dauern. Aber auf jeden Fall Kolumbien und Panama ebenso wie Costa Rica, Nicaragua, Duas. Ja, guck mal da, die sind faschistisch. Vielleicht wollen die sich anschließen, wenn ich denen dann mal so hier eine Möchtegern Eroberung unterjubele. Okay, also vor allen Dingen, weil Honduras ist grün, das geht überhaupt nicht. Und ich glaube, mit den Panzern können wir das eigentlich ganz gut schaffen. Ja, die landen erstmal und dann schicken wir die hier auf eine weitere Mission. Das machen wir nämlich gleich dann. Und ich glaube, von Kolumbien reicht mir das, theoretisch. 2. Oktober, bist du fertig? Ja, das reicht mir doch. Ja, dich würde ich auch mal gerne in das Bündnis einladen. Dann müssen wir mal gleich gucken. Vielleicht wollen die noch mit mal in die Dominikanische Republik. Ja, also das ist vielleicht noch so eine Überlegung. Wenn wir schnell gegen die noch weiterkommen, dann nehmen wir uns noch hier den Durchweg nach Südamerika. Und ich glaube, das ist ganz okay. Dann haben wir hier unten fast alles mitnehmen können. Wir schauen mal, wann hier die Truppen kommen. Ich will gerne vor 1941, will ich hier schon gerne den Krieg erfolgreich geführt haben. Das sollte schon sein. Das läuft wieder. Stopp den Fommerschub, den Günther. No, Winger hat kapituliert. Das ist in der Tat gut. Halt, stopp. Hey, wow, 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 wow. Viel zu schnell. So, dann machst du mal bitte eine Frontlinie hier. Ach du, ich glaube 10 Panzer sind tipptopp, ne? Wenn wir eh bald den Krieg erklären, ist egal, ne? Ja, gut. Haben wir da schon Flieger stationiert? Nee. Kommen da noch Flieger? Sieht nicht so aus, ne? Müssen wir gleich gucken. Holland hat ganz viele Flieger. 1200. Zack. Einmal bitte. Moment mal. Aber wir über Mittelamerika, sollst du bitte fliegen, ne? Hafenangriffe. Wallace, komm, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Die starten da, das ist das Gute. Die haben alle, die sind alle sehr klein. Die haben wenig Siegpunkte, Verteilung. Da können wir wirklich so drüber rollen. Das müsste ziemlich gut gehen. Ähm, ja. Wie gesagt, hier unten wissen wir noch nicht genau. Kolumbien, da reicht es mir, wenn ich eine Provinz kriege. Das reicht ja schon. Jetzt müssen wir erstmal hier oben haben wir. Ja, äh, warte. Das warst du, ne? Du musst hier runter. Mach das mal weg. Du kriegst auch einen neuen Namen. Ach, Misty. Kaffee-Diebe. Wir holen uns nämlich jetzt den ganzen netten südamerikanischen Kaffee. Du bist eigentlich auch schon auf dem Weg nach Süden, ne? Gut, 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 gut. Ja, 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 ja. Ja, schön hier platt machen, bitte. Bitte die Schweden echt wirklich richtig platt machen, bitte. Und dann bitte hier. Attacke. Weil wenn Norwegen schon... Sehr gut. Wenn Norwegen schon kapituliert, dann wollen wir es doch wenigstens möglichst komplett haben. 93 Tage jetzt für die nächste. Eroberungswelle. Habe ich meinen... Ne, ich habe noch keine Kriegsziele, ne? Aber da gibt es halt hier noch... Naja, die Panzer brauchen extrem viel Nachschub. Das wird besser, wenn wir da den Krieg eröffnen können, merkwürdigerweise. Auch wenn das jetzt komisch klingt. Aha, da haben wir doch schon einen Kriegsgrund gegen Panama. Das ist doch super. So, bei Kolumbien warten wir. Jetzt muss mir nur eine erklären, warum jetzt gerade elf Panzer da runterfahren. Das sind vier Stück. Komm bitte da hoch. Panama hat kapituliert. Das ging ja mal fix. Hey, also Spiel. Hör doch mal auf, einfach direkt immer weiter zu laufen. So, wir müssen jetzt einfach nur schnell in diese Provinz hier rein. Das genügt mir doch schon. Genau, da hoch bitte. Alle Mann. Das wird ein bisschen dauern, weil wir da durch den Dschungel fahren müssen. Aber das wird sich, das wird glaube ich gut funktionieren. Aha, perfekt. Perfekt. Dann bitte einer hier hin. Einer hier hin. Und du schließt mal direkt hier vor. Bis nach Bogota. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Und du. Lass mal ganz kurz hier. Der Frontabschild, der ist viel zu groß. Das ist immer gerade ein bisschen kleiner. Hey. Was ist denn das für ein Quark? Mal das kommt weg. Also, ist ja der Front, dieses Design der Frontabschnitte ist ja in der Tat schon ganz praktisch, um die Truppen halt erstmal aufzustellen. Komm, 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 komm. Bogota schaffen wir. Bogota schaffen wir. Shit. Mist, der hat schon zwei Regimenter drin gehabt. Ah, das wäre so göttlich gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Sind meine Paratroopers schon fertig? Ja, sind sie. Und bitte abbrechen. So, wenn 24 Regimenter. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie wir dich aufstellen. Ach, guck mal da. Du hast auch schon in der Provinz eingenommen. Das ist super. Ja, ähm. Im Idealfall holen wir dich noch mit, oder? Kann ich da hin jumpen? Müssten wir mal gerade mal gucken, ne? Und du kriegst einen eigenen General. Oder? Ich hab keinen mehr über. Schade, dass Giovanni keinerlei Trades mehr bekommen hat. Aber hat er ja überhaupt noch gekämpft, seitdem er fällt? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ähm. So, wir könnten sagen, du. Hüpf. Okay. Also nochmal. Du hüpfst von hier. Ich hab vergessen, man darf hier nicht auf das Flugzeug klicken. Warum geht das nicht? Das ist keine zulässige Zone. Wahrscheinlich sind noch nicht so... Wahrscheinlich sind noch nicht genügend Flieger da, ne? Okay, wir machen mal... zu Prüfzwecken... eine Rückzugslinie für die 24 Fallschirmspringer. Weil so hochmobile Truppen, die kann man tatsächlich hier ungut gebrauchen. Oh, geil. Wir nehmen die Hauptstadt ein. Klasse. Großartig. Auch wenn ich hier so ultimativ scheiße durchs Gebirge fahre, worüber ich die KI eigentlich... wofür ich die KI eigentlich total verprügeln würde. Okay, du nimmst hier schnell den Flughafen noch. Ah ja. Gut. Also gut. Da. Pause. So, als ist man Costa Rica. Warte mal bitte durchfahren. Und du bitte hinterher. Ja. Ja, ja. Alle zu den Chinesen. Die haben hier 10 Regimenter stehen, aber die werden nicht hier rein donnern, weil... Ähm. Zwischenkriegsjäger. Ja, klar. Gimme, gimme. Die werden nicht da reinbrettern, weil die den Teufel tun werden, mit ihrer kompletten Armee in den brasilianischen Dschungel reinzulaufen. Da kommen die ja nie wieder raus. Komm, komm, komm. Ich brauche Bogotá. Gib mir Bogotá. Gib mir Bogotá. Die werden ganz, ganz schnell kapitulieren. Die haben nicht so viele Victory Points. Komm, komm, komm. Es könnte in der Tat noch ein Problem bei Argentinien werden. Weil die doch schon ein bisschen größer sind, ne? 49 Regimenter. Die haben auch tatsächlich sowas, was man Armee nennen könnte. Oh. Ach, du Mistkerl. Okay, da komm. Warst du auch? Klar. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt zu den Waffen rufen, aber ich glaube, das bringt mir nichts, ne? Er ist weg. Er hat keinen Spautz mehr. Costa Rica wird jetzt, glaube ich, auch kapitulieren. Mit ein wenig Glück. Hm, er kommt. Boah, Leck dauert das noch lange. Ja, der sieben Regimenter hat er nachgezogen, bis ich da irgendwas machen kann. Okay, Costa Rica hat kapituliert. Good news indeed. Dann geht's hier weiter. Okay. Wir haben Oktober. Hm, 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 hm. Guatemala, El Salvador und Honduras. Ja. Okay, Nicaragua hat kapituliert. Das ist ebenfalls hervorhand. Richtig zu den Waffen rufen. Ah ja, gut. Okay, nice. Das lenkt die auf jeden Fall ein bisschen ab, ne? Einfach da durchbrettern. Einfach da durchbrettern. Müssen wir noch in Anspruch auf Haiti fingieren, damit die mitkommen? Vielleicht wird das noch eine Überlegung, ne? Hier ein paar Truppen stationieren. Dann Port-au-Prince einnehmen. Und dann ganz schnell weiter nach Havanna. Aber das wird wahrscheinlich auch zu lange dauern. Ich glaube, so lange haben wir gar keine Zeit mehr. Ah ja, super, ich habe deine Hauptstadt, klasse. Ich schneide mal schnell hier vom Nachschub ab. Das müssten wir ja auch eigentlich hier geschafft haben, oder? Ja, nice. So, ich starte das Lied nochmal. Ich musste gerade was besprechen. Einfach nur, weil das Lied so unglaublich episch ist. Hier ist eine Hauptstadt verlegt, ne? Quasi, also zwangsweise. Gut, gut, gut. Das hier sieht gut aus. Äh, du brauchst halt noch, ne? Ach, und du hast halt kapituliert. Okay. Ja, jetzt aber schnell nach Guatemala, ne? Ich muss mal gerade was nachgucken. Besatzung minus 0,2. Schade. So, Guatemala. Tja, die sechs Panzer hätte ich mal besser woanders hingestellt, ne? Wenn wir Schwein haben, dann müssen wir da noch nicht mal irgendjemanden zu den Waffen rufen. Kolumbien hat kapituliert. Großartig. Äh. Ah ja, okay, du hast auch kapituliert. Gut. Interessant. Tja. Tja, ja, 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 ja. Hm. Ich will halt auch nicht zu gierig werden. Wenn wir die kleinen Fitzelländer noch mitnehmen, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Chile wird schwer, weil das ist so viel Gebirge, da muss man, muss man sich so durchbeißen. Uruguay, Paraguay, vielleicht noch Bolivien, Ecuador. Also, warte mal, du kannst ja eigentlich die, kannst du eigentlich auch alle Truppen nehmen, ne? Dann können wir hier schon mal einen Angriffsbefehl setzen. So, jetzt haben wir nur das Ding, dass du... Ja. Du bist jetzt halt so gut wie da, ne? Vielleicht setzen wir hier noch einen Angriffsbefehl rein. Dann könnten wir theoretisch, wir könnten theoretisch Argentinien übrig lassen, hier so als letzte Bastion. Ich möchte ja wirklich sehr gerne noch Kuba und Porto-Pras mitnehmen. Weil die Frage ist tatsächlich... Brauche ich halt hier die ganzen Regimenter noch, ne? Ich muss da nur angreifen und dann fällt Schweden um, da bin ich mir ziemlich sicher. Was hast du denn so? Amphibische Invasionsgeschwindigkeit 30%. Ja, das ist schon ein ziemlich geiler Trade. Das ist schon ein ziemlich cooler Trade. Dann machen wir das lieber so. Die Burschen gibst du zu ihm. Jetzt machen wir das Ding mal weg. Jetzt machen wir das Ding mal weg. Und wir machen hier eine neue Frontlinie. Wir sagen, theoretisch wollen wir so angreifen. Also praktisch wahrscheinlich auch. Jetzt müssen wir mal erklären, warum du die anderen Jungs und Mädels da nicht mitnehmen willst. Genau, okay. Nee, das haben wir ja dann richtig hier so. Du hast jetzt 14 Truppen. 14 fiese Typen. Mit denen wir in 61 Tagen einen besseren, nee, Moment, das ist der Infiltration. Mit denen wir in 49 Tagen einen verbesserten Landungsangriff starten können, ja. Sollen wir das noch vorbereiten? Wir brauchen echt bessere Bomber. Ich überlege noch, nee, ich glaube, wir bauen ja schon die Transen, oder? Ja, wir bauen Transen, okay. Ja, den Rest, den. Ein paar Panzer können wir auf jeden Fall noch bauen, ne? Da haben wir noch Bedarf. Komm, wenn wir was ins Leißen können, brauchen wir noch ein paar fette Schiffchen. Oh mein Gott, gegen ein U-Boot. Ich werde dann ein Zerstörer verloren. Ich werde dann ein U-Boot verloren. Easy going. Ja, jetzt habe ich halt El Salvador. El Salvador, den kann ich ja jetzt schlecht den Krieg erklären, weil die sind ja meinem Bündnis beigetreten, ne? Das heißt, das kommt jetzt hier nicht mehr in Frage. So, dann haben wir hier... Ja, das mit dem Berater, das lassen wir mal weg. Vielleicht müssen wir da nochmal an der Mannstärke was machen. Da ist noch ein einzelner Chinese oben auf dem Berg. Das ist jetzt echt nicht wahr, ne? Okay, gut. Der Chinese hat sich verdrückt. Dann machen wir das jetzt so. Die Kaffee-Liebe werden mal ein bisschen verstärkt. Ja, ich bin halt 98% Kriegsstand. Also das halten wir ja echt nicht mehr lange durch. Ich ruf mal noch die Dominikanische Republik mit rein. Warte mal noch mit, gut. Okay. So, wir nehmen... ...dich jetzt. Und jetzt machen wir nochmal ein paar Invasionsversuche. Und zwar... ...ähm... ...nach so wenig wie zwei hier. Zehn Stück können wir machen. Wir sind nicht unbedingt in die Hauptstadt. Wobei... Warte mal, du würdest ja mit angreifen, ne? Ich bin nicht so dumm. Dann machen wir einmal von hier... ...nach hier. Dann machen wir einmal von hier... ...nach hier. Lass uns mal gerade gucken. Dann machen wir einmal von hier... ...nach... ...hier. Ne, ist doof, weil da haben wir zwei Seezonen, ne? Obwohl, macht eigentlich nichts. Dann machen wir einmal von hier... ...nach hier. Verstärken wir das da auch noch ein bisschen. So, jetzt haben wir da... ...genau... ...von wem bist du jetzt besetzt? Eigentlich sehe ich das. Tja, es ist irgendwie so aschgelb, ne? Egal. Also, Havana... ...Haiti. Das sind so die Inseln, die noch fehlen. Dann... ...in Uruguay. Da müssen wir warten, bis die Truppen da sind. Ja, wir können ansonsten noch... ...zwei weitere Regimenter nehmen... ...und sagen, wir versuchen es von hier in Havana. So, dann haben wir zehn Regimenter voll. Und dann machen wir einmal... ...eine Rückzugslinie für die vier Regimenter hier. Und dann gucken wir mal, ob die noch hier drüben rechtzeitig ankommen. Und das sehen wir dann... ...und das sehen wir dann im nächsten Teil, ne? Ähm... ...wir nehmen noch eine U-Boot-Flotte. Wow. Nimm mal die Hälfte davon. Das sind... ...das sind keine U-Boote, das sind Noob-Boote. Du kriegst eine... ...äh, warte mal, ist das blöd. Äh, du kriegst einen neuen Hafen. ...Lusiana. Und du kriegst eine Mission. Konvoi-Überfall. Nämlich hier in der Karibik und hier in Florida. Ja. Äh, und... ...dass muss ich mal gucken, das heißt genau, das heißt irgendwie so Italien-Flotte, bla bla bla. Das nennen wir dann SAP-3. ...ja, genau. Ich fasse mal zusammen. Oh shit, da fügt mir gerade noch was ein. Doch, Flugzeugträger-3, Akela-Klasse, okay. Genau, ihr kommt alle in die Mini-Flotte. Super, ne? Mini-Flotte, Mini-Flotte, Mini-Flotte. Äh, äh, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Sirena-Klasse, bitte. Du gehst in die SAP-2? Ne, da haben wir schon welche, die da reingehen. Dann gehst du in die SAP-3. SAP-2. Und SAP-1, genau. Ist doch super. Wir gucken nochmal in die Produktion. U-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Noch ein paar Zivilfabriken sind auf jeden Fall gut. Dann brauchen wir noch ein paar Marinewerften. Okay, und dann im nächsten Part auch noch mal ein paar Militärfabriken. So den einen Tag warten wir noch ab. Ach, da oben ist ja auch noch was von Dänemark, ne? Müssen wir überlegen, was machen wir? Also, es gäbe noch einen anderen Grund dafür, so einen Staat wie Bolivien oder Ecuador zu erobern. Wir erhöhen dadurch ja drastisch unseren Kriegspunktestand noch mal und hindern die Deutschen daran, dadurch sehr schön, genau, jetzt kannst du auch wieder zurück. Und hindern die Deutschen dadurch daran, wichtigere Sachen zu fordern, ne? Also, die können dann, wir nehmen dann, sag ich jetzt mal, wir nehmen die Schweiz, wir nehmen Skandinavien oder so und den ganzen anderen Driss und China und was weiß ich und wir lassen halt eben so Ecuador und Bolivien übrig und wir holen uns aber noch die ganzen Dinger hier in Mittelamerika, dann können wir die Deutschen dazu nötigen, dass sie halt eben sowas hier nehmen. Da stört mich das nicht. Mich stört das, wenn die nachher so Sachen wie Costa Rica oder sowas oder Honduras fordern, weil ich will die Landbrücke hier behalten. Die darf ich auf gar keinen Fall irgendwie den Deutschen überlassen. Für mich können die auch Kuba fordern, ich weiß es nicht, ne? Also, das wäre auch noch eine Überlegung. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Magst du mir... Okay, pass auf, machen wir hier 200 Luftnahe Unterstützung noch rein. Wir kriegen da ja noch ein paar Flieger hin, ne? Wir haben da auch noch Zwischenkriegsbomber. Aber wir haben keine Jäger mehr, ne? Stimmt, die Jäger habe ich ja vorhin immer mal alle verbraten. Warte mal kurz. Äh, Holland. Ja, da sind die Marinebomber drin, die brauchen wir nicht. Amazonas, Panama-Kanal, Lombardei. Gucke mal da. Jäger. Jäger. Luftnahe Unterstützung. Ein bisschen mit hier und hier. Ja, komm, die Schiffe kannst du auch wegbomben, wenn du welche siehst. Können wir hierher machen. Gut. So, wir können an der Stelle ein Päuschen einlegen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Teil. In diesem Sinne. Ciao.